100 Minuten, wo man in diesem Steilhang, wenn es einen wirklich laufen lässt, ruht, dann kann er davon profitieren, wenn es nachher noch knapp aufkommt, da ist wieder der gleiche blöde Fehler. Also es ist schon sehr, sehr viel Risiko, dass Max Franz generell in Kauf nimmt und er schlägt ganz hart auf der harten Piste auf.